Hallo ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley KryptoVision. Im gestrigen Video ging es um das Doberr-Urteil von Richterrit Analyzer Torres. Man sollte immer bei wichtigen Dingen eine Nacht darüber schlafen. Es sind mir natürlich noch ein paar Sachen aufgefallen. Und in der Nacht habe ich dann noch ein paar Tweets gefunden, die ich euch zeigen möchte, was mit dem Fall zusammenhängt. Dann noch ein paar andere Dinge, was die SEC angeht. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, los geht's. Dieses Video wird präsentiert von... SR, vielen lieben Dank für deine Unterstützung, für deine Donation. Ja, Icebreaker, ging jetzt ein paar Mal durch Twitter durch. Lasst uns da mal schnell drauf gucken, worum es da geht. Und zwar hat er MetaManX, hat eben dieses BIS Project Icebreaker für CBDCs und grenzüberschreitende Zahlungen mit Bridge-Währungen. Er hat dann Hashtag XRP hingeschrieben. Hier haben wir dann einen Werbefilm, bei dem die Beteiligten hier zeigen, worum es denn geht. Das ist ein sehr schönes Video und ihr könnt euch das mal angucken. Ich werde es unten verlinken. Dort wird über vier Minuten lang darüber gesprochen, wie das funktioniert. CBDCs grenzüberschreitend in Echtzeit mit sofortiger Abwicklung etc. Wie ihr sehen könnt, vier Minuten 37. Und ganz zum Schluss gucken wir da mal auf die Beteiligten. Und da fällt uns ins Auge der BIS, beziehungsweise die BIS, die Bank for International Settlement. Die Bank für die Zentralbank der Zentralbanken, um das wieder mal hervorzurufen. Der BIS Innovation Hub hat hier auch eine bestimmte Rolle und das zeige ich euch auch im nächsten Tweet. Und der kommt von Mr. Mister, also Herr Mann, auf gut Deutsch übersetzt. Und hier, ich präsentiere Beweisstück A. BIS Innovation Hub und die Bank von Indonesien geben die Finalisten der G20 Tech Sprint CBDC Challenge bekannt. Wer waren die einzigen zwei Krypto-Unternehmen als Finalist für CBDCs Ripple? Und jetzt steht hier Stellar und unten markiert ist R3 Corda. Ich konnte das jetzt nicht herausfinden in aller Schnelle, ob jetzt da R Stellar jetzt wirklich Stellar ist, also sprich XLM oder eben R3 mit XDC. Nach Angaben der BIS, diese Ergebnisse werden der G20 vorgestellt. Und da sehen wir mal, wo die Reise hingeht. In diesem Werbevideo für das Projekt Icebreaker, die Bank von Norwegen, die norwegische Krone, wird über eine Brückenwährung, Bridge Currency, in Echtzeit übermittelt und dann wird er umgetauscht in den israelischen Schäkel. So, und das ist ein Werbevideo. Man könnte das alles auch mit Ripple übertünchen und sagen, das ist ein Werbevideo von Ripple. Wir kennen das alle. Hier wird nichts anderes beschrieben als eben On-Demand-Liquidity beziehungsweise die grenzüberschreitenden Zahlungen in Echtzeit. Da möchte ich jetzt nochmal kurz einwirken, was mir nämlich auch noch eingefallen ist, weil immer die Diskussion kommt mit SWIFT etc. Ja, SWIFT wird es übernehmen und SWIFT bleibt. Also SWIFT, bedenken bitte. Grenzüberschreitende Zahlungen über Bridge Currencies auf Distributed Ledger Technology. Das heißt, das komplette Messaging-System, die komplette Abwicklung, der Transfer, das Umtauschen, die Rückmeldung, dass alles funktioniert hat innerhalb von drei bis fünf Sekunden, sagen wir mal vier. SWIFT ist eine Einbahnstraße. Das ist immer nur ein Messaging in eine Richtung, nicht SWIFT, sondern SWIFT, nur zum Verständnis. Deswegen dauert es auch so lange. Darum sind die auch so erpicht drauf, eben mit Chainlink, dann eben Interoperabilität unter verschiedenen Distributed Ledger Technology zu gewährleisten zu können für die Partnerbanken derer 11.000. Welches System dann verwendet wird? Ich glaube, wir können mal gut positiv gestimmt sein, dass da natürlich Ripple einen großen Kuchenstück abbekommt. Der Space ist riesig. Das ist gigantisch, was da eben zu verteilen ist und wir sind da, denke ich, schon meiner Meinung nach auf einer richtig guten Straße. So, und da in diesem Icebreaker-Video nicht einmal Ripple oder XRP oder XLM oder Stellar oder R3 Corda erwähnt wird, sondern nur das Prinzip und dass das eben dann auch dieses Prinzip, den G20-Staaten vorgestellt wird, können wir davon ausgehen, dass das interessant wird. Weiter im Text. Und jetzt geht es um die Doberre-Anträge der Parteien bzw. das Urteil von Richterin Torres. Beginnen möchte ich hier mit einem Tweet von John E. Deaton, der auf einen Tweet von Scott Chamberlain reagiert hat. Scott Chamberlain hat geschrieben, keine Seite bekommt alles, was sie verlangt hat, weil keine Seite tadellose Argumente für alles hatte, was sie wollte. Was auffällt ist, wie scharfsinnig, rigoros und absolut unparteiisch Richterin Torres ist. John E. Deaton hat darauf eben reagiert und schrieb, ich stimme dem zu. Tatsächlich habe ich beschlossen, einen Livestream zu machen, der gerade die Möglichkeit oder vielleicht die Wahrscheinlichkeit eines geschworenen Prozesses diskutiert, um die Leute vorzubereiten. Scotts Analyse ist im Gange und ich glaube, dass der Ausschuss der Experten bzw. der Ausschluss der Experten für den Antrag der SEC auf ein summarisches Urteil fatal ist. Jetzt gehen wir mal ganz schnell drauf auf dieses Thema geschworenen Gericht. Wir haben hier ganz klar oder für mich klar und für viele andere Experten auch, dass die Transaktionen auf dem Sekundärmarkt, dass das Securities-Transaktionen sind, dass das vom Tisch ist. Da wird Ripple einen Freispruch erlangen. Ebenso haben wir da natürlich die verschiedenen Ausschlüsse von Experten. Patrick Doody ist da Paradebeispiel dafür, denn jetzt kann die SEC nicht mehr argumentieren. Na, ihr wisst, was ich meine. Gestern das Video. Aber das geschworenen Gericht ist natürlich trotzdem noch da, denn Richterin Torres wird hier einige Fragen eben nicht klären können. Und das sind die Verkäufe von XRP vor 2017 oder 2018. Johnny Deaton hat ein Video dann gemacht. Er war gestern live bei Fox Business mit Charles Gasparino. Geht gar nicht, der Typ. Meine Meinung persönlich. Und da hat er danach direkt nochmal ein Video gemacht über 25 Minuten. Und schaut euch das mal an. Ich werde das auch unten verlinken. Ich werde es extra kennzeichnen. Warum er denkt, dass die Wahrscheinlichkeit eben da ist, dass es zu einem verschworenen Gerichtsverfahren kommt. Ist das nun schlimm für uns? Nein. Denn, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wir haben noch nicht mal die Himmelmays besprochen. Wir haben die Fair Notice Defense nicht besprochen. Und das bedeutet, und jetzt für euch zum Klartext, damit ihr noch einmal ein Gespür dafür bekommt, was das bedeutet, dass Ripple letzte Woche eben dieses Urteil eingereicht hat als Sonderbeilage für Richterin Torres. Dieses Urteil des Supreme Courts über die Fair Notice Defense, sollte Richterin Torres jetzt entscheiden, dass die Verkäufe zwischen 2012 und 2017, 2018, dass das Verkäufe von Securities waren. Weil wir können davon ausgehen, nach ihrem Dober-Urteil gestern, dass sie die Anwendung von XRP sieht und auch die Experten dort für Ripple zulässt. Das müsst ihr verstehen, das ist ein bisschen schwierig, weil das alles zu viel ist. Okay. Also, sollte sie entscheiden, die ersten Verkäufe von XRP waren Verkäufe von Securities, dann kann Ripple natürlich sagen, na, wo wir früher Fair Notice Defense. Und da liegt doch ein Begraben, deswegen wurde das eingereicht. Sag ich ja schon seit Monaten, dass ich denke, dass ich dieses Baby splitten werde. Ich frage es dann nur, wie reagiert natürlich jetzt Ripple darauf? Wie reagiert die Sec auf ein summarisches Urteil, wenn es denn in der Form kommt? Keine Partei will vor ein Geschworenen Gericht, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Denn wir haben zum einen natürlich das starke Verteidigungsargument von Ripple, dass die immer noch die Fair Notice Defense haben. Und wir haben immer noch nicht die Hitman-Mays gesehen. Und auch da steht noch die Entscheidung aus von Richterin Torres, ob Professor Layton damit durchkommt zu sagen, wir wollen die Hitman-Mays sehen. Das ist ein wichtiges Dokument in diesem Rechtsstreit, das der Öffentlichkeit gegeben werden muss. Und auch da hat Richterin Torres noch nicht entschieden. Das bedeutet, der Druck jetzt bis zum summarischen Urteil, ich rechne damit bis Mitte nächster Woche, wird natürlich für beide Parteien schon interessant, wobei Ripple da natürlich ein bisschen beruhigter jetzt zugucken kann. Gehen wir mal weiter, wie Ripple reagiert hat. Da komme ich auf einen Tweet von Stuart Alderotti, der geschrieben hat, die gestrige Stellungnahme des Gerichts zu Ripple und die von der SEC vorgeschlagenen Expertenmeinungen, wenn sie nicht alle 57 Seiten gelesen haben, hier eine Zusammenfassung. Insbesondere nicht nur der Experte der SEC für vernünftige Erwartungen eines XRP-Käufers, Klammer auf, Dudie, Klammer zu, wurde aus den Auszeichnungen gestrichen, sondern auch der Experte, der versucht hat zu sagen, was den Preis von XRP verursacht. Auf der anderen Seite, unsere Experten erklären, wie sich die Verträge von Ripple deutlich von denen Howie unterscheiden. Die steuerliche Behandlung von XRP, Klammer auf, kein Wertpapier, die buchhalterische Behandlung von XRP, Klammer auf, kein Wertpapier, Klammer zu, und Währungsexperten für XRP, Klammer auf, kein Wertpapier, Klammer zu, dürfen alle bleiben. Denn, wie wir immer gesagt haben, waren wir immer zuversichtlich in Bezug auf unseren Fall und mit jedem Urteil noch mehr. Und Brad Garlinghouse hat dann hier auf den Tweet von Stu Alderotti reagiert und schrieb, es ist erst Dienstag, aber es entwickelt sich zu einer nicht so großartigen Woche für die SEC. Sprich, dieses Urteil Voyager und Grayscale. Und jetzt gehen wir da mal direkt weiter auf einen Tweet von Eric Belchunas. Interessant. So kam der SEC-Anwalt stark heraus, wegen Eröffnungsargument Blabla, aber der Richter unterbrach sie mehrmals mit einem Haufen sehr gut formulierter und vorab gebildeter Futures- und Spot-Meinungen, beziehungsweise Tourizium-Einreichungen und so weiter. Die SEC scheint ein wenig erschüttert von diesem Pro, also Grayscale-Richter und ihren Fragen zu sein. Also, dann mal ganz kurz nochmal zusammen. Grayscale hat ja geklagt, dass sie ihren Spot-ETF jetzt auf den Markt bringen möchten. Dann war am 7., sprich gestern, war die erste mündliche Verhandlung und der Richter dort hat dann mal ganz klar gezeigt, ich bin nochmal gut informiert und hat natürlich dann gesagt, okay, wenn ihr einen Future-ETF mit dem zugrunde liegenden Asset Bitcoin auf den Markt bringen lassen, ja, in Zeiten der SEC, warum nicht den Spot-ETF? Und die SEC hat dann ein bisschen argumentiert und hat gesagt, ja, das hat was mit Manipulation zu tun, wobei der Richter dann relativ scharf reingeschossen hat und hat gesagt, Moment, wir reden hier über Bitcoin, wir reden hier über ein zugrunde liegendes Asset. Ja, wir können jetzt hier ein Future-ETF zulassen, aber den Spot verbieten. So, und da kam die SEC einfach mal ganz extremen Straucheln, das überhaupt nochmal sauber argumentieren zu können. Gehen wir mal auf den nächsten Fall, da geht es nämlich dann über die Vermögenswerte von Voyager, die ja Bein ins US kaufen möchte. Und da hatten wir ja auch die Diskussion mit dem Richter, der dann sagt, ja, Moment einmal, wie könnt ihr denn sagen, dass der VGX-Coin ein Security ist und dass das alles hier verboten ist und das ist doch alles regulatorisch, also irgendwie so, also ihr kennt die Argumentation der SEC, furchtbar. Und der Richter hat einfach mal reingeschossen und hat gesagt, okay, Richter Wiley übrigens, ich sagte mal Wilson, der heißt Wiley, und Richter Wiley hat dann gesagt, okay, Moment, wenn sie sagen, dass das eine Security ist, wo ist denn die rechtliche Begründung für die Security? Also sie sagen zu mir, ich soll irgendwas annehmen, von dem sie selber sagen, dass sie es annehmen, ohne das überhaupt reguliert zu haben. Okay, es ist wie es ist. Reden wir mal Klartext. Der Richter hat die Übernahme von Bein ins US genehmigt. Das bedeutet, Bein ins Zahlt jetzt 1,3 Milliarden Dollar, um eben die Vermögenswerte von Voyager zu kaufen, was ja auch 97 Prozent der Verbraucher, der Gläubiger abgestimmt haben. Und die SEC wollte das nicht. Jetzt kam gestern dann eben bei dem Urteil von Richter Wiley raus, dass der SEC-Anwalt richtig, der war angepisst. Ich sage es jetzt einfach, wie es ist, er war brüskiert. Er war angepisst und hat also gesagt, nein, es kann doch gar nicht sein, denn Bein ins US ist eine nicht registrierte Wertpapierbörse. Und auch da fehlt jegliche regulatorische Klarheit. Also wir sehen das jetzt mit dem Urteil, hat SEC jetzt auch ein bisschen ein Problem, weil langsam stellen wir fest, dass es jetzt ein bisschen Gegenwind kommt. Ja, auch Johnny Deaton in dem Video, was ich unten verlinke, noch mal zur Erinnerung, schaut euch das mal an, er stellt eben auch fest, dass immer mehr Krypto-Unternehmen sich zusammentun und jetzt einfach mal ein bisschen Widerstand aufbauen, was ja Ripple an Unterstützung nie bekommen hat. Okay, gehen wir mal zum letzten Fall und das ist ja wirklich der Brüller, was hier die SEC tut, und zwar diesen hier. Die SEC beschuldigt eine Firma aus Utah des betrügerischen 18 Millionen Dollar Krypto-Mining-Programms. Also hier sehen wir, wie die SEC argumentiert und arbeitet. Auf der einen Seite FTX, die Milliarden von Dollar verbrannt haben, da wurde kein Verbraucher geschützt, die haben sich eher noch getroffen mit Gary Gensler, ohne dass da was unternommen worden ist. Auf der anderen Seite wird ein Betrugsfall, der offen Betrug ist, wird dann so deklariert, das ist, Krypto ist gegen das Wertpapiergesetz. Hier versucht Gary Gensler einfach seine Agenda vorzuführen, um hier der große Sheriff im Space zu sein. So, und jetzt kommen wir mal wieder zurück zu unserem Fall, SEC vs. Ripple. Ich habe gestern im Livestream gesagt, dass dieses Zeichen, James K. Feynman hat ja unter anderem, und auch Johnny Deaton war der Meinung, dass diese beiden Urteile, die Doberre, das Doberre-Urteil und das somarische Urteil zeitgleich kommt, aufgrund Erfahrungen aus der Vergangenheit, wie Richterin Torres das schon einmal gehandhabt hat. Jetzt hat Richterin Torres natürlich das Doberre-Urteil vorhergebracht. Und ich habe euch gestern schon gesagt, wie sich das für mich gelesen hat, dass ich das Gefühl hatte, okay, hier, setzt euch mal zusammen, guckt mal, was hier Phase ist. Da bleibe ich dabei. Kommt es deswegen zu einem Settlement? Wenn, dann bis nächste Woche. Wenn, da erwarte ich Mitte nächster Woche das somarische Urteil. Werden die Setteln? Ich glaube nicht. Die werden erst auf das somarische Urteil warten. Wenn ich das alles so betrachte, und da ziehe ich wirklich das Benehmen und die Art und Weise, wie Gary Gensler eben hier vorgeht gegen Krypto, muss ich das in Betracht ziehen, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie nach dem somarischen Urteil sich zusammensetzen werden, damit hier keine Partei vor Gericht wandern muss. Warum? Gary Gensler braucht einen Sieg. Gary Gensler braucht eine Strafe, der will Gelder einnehmen. Ripple will endlich mal regulatorische Klarheit, will dann einfach mal weiterarbeiten. Ich bin auch der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass gar nichts als Präzedenzfall für den restlichen Kryptospace in Betracht gezogen werden kann. Hm, nicht mal 4XLM. Auch wenn es 1 zu 1 eigentlich so fast identisches System ist. Aber darauf müssen wir uns auch einrichten. Das heißt, summarisches Urteil. Dann haben wir die Hinmail-Mails. Wir haben noch das ausstehende Urteil über diesen Antrag von Professor Leighton. Wir haben die Fair Notice Defense. Und wir haben jetzt die Doberr-Urteil, das mehr oder weniger alle Experten eben, also die wichtigsten Experten von der SEC rausgekickt. und die guten Experten von Ripple drin gelassen hat. Also 60-40 pro Ripple. So, wer sitzt jetzt in einer besseren Position? Ich denke Ripple. Ich denke der XRP. Ich denke wir. Alles, was jetzt noch folgt, ist eine Geschichte von Abwarten, geduldig sein. Man muss so einen Typen wie Gary Gensler erstmal dazu bringen, zu sagen, ja okay, gut, dann lebe ich lieber die Rekordstelle, Rekordstrafe und bin dann einfach froh, ich kann mich dann als Sieger feiern lassen. Aber wir kommen dann endlich weiter, weil regulatorische Klarheit in diesem Space, als einziger Coin überhaupt, feine Sache. Und so komme ich zum Abschluss noch zu einem Tweet von Digital Asset Investor, der das alles nochmal bestätigt und könnt ihr nochmal durchlesen. Er hat geschrieben, SEC vs. Ripple Vorhersagen. XRP selbst ist kein Wertpapier. XRP im Sekundärmarkt ist kein Wertpapier. Einige frühere Verkäufe von XRP durch Ripple sind Wertpapiere. Ripple zahlt Rekordstrafe. Einige Probleme in dem Fall gehen vor Gericht. Wir sehen die Hinman-Dokumente nie. Post-Judgment-Settlement. Ripple stimmt zu, Hinman-Dokumente zu versiegeln, vorausgesetzt der Richter ordnet ihre Freigabe an. Ich hätte ja auch bloß das vorlesen sollen, gell? Aber ich mache doch kein 10-Sekunden-Video. Ich wünsche euch von Herzen Werdezeit. Bleibt gesund. Das ist das höchste Gute, das wir haben. Bleibt zuversichtlich. Bleibt cool. Es geht aufs Ende zu. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschau, Freunde. Pia, die sind dran geblieben. Die sind alle dran geblieben. Aber wenn ihr schon dabei seid, abgesehen davon, dass ich die Werte verloren habe, hier, guckt in die Playlist. Da geht es um Sack vs. Ripple. Und hier, hier unten, da könnt ihr ein Abo setzen.